Wenn ich groß bin, möchte ich der erste Mensch sein, der sich teleportieren kann. Selbst wenn du sowas bauen könntest. Gebaut habe ich es schon. Gleich neben deinem fliegenden Auto. Daran arbeite ich gar nicht mehr. Reed, du hast einen Knall. Danke. Es ist unsere Pflicht, als Menschen, ins Unbekannte vorzudringen. Aber manchmal hofft man etwas Bestimmtes zu entdecken. Und findet etwas ganz anderes. Ich will nur meinen Freunden helfen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber die Zukunft. Ich brauche einen feuerfesten Arbeitsplatz. Und eine mega fette Sonnenterrasse. Sie sind gefährlich und mächtig. Das macht sie extrem wertvoll für die Regierung. Sie haben versprochen, meine Kinder nicht als Waffen zu benutzen. Ihr glaubt, euch wäre Macht übertragen worden. Ihr habt keine Ahnung, was kommen wird. Was wird kommen? Du. Das ist unsere Chance, etwas zu verändern. Wir sind deine Familie. Wenn wir es tun, dann auf unsere Art. Und was, wenn wir Nein sagen? Sagen Sie Ja. Das Ende eurer Welt ist der Beginn der Meinen. Er ist stärker als jeder von uns. Aber nicht stärker als wir alle zusammen. Ja. Von der Aufstellung Charlie. Wir gehen für einen Männchen. Sie haben mir keine Ahnung. Ich kann sie abhalb von unseren Film.